Oh Gott, Duffung. Duffungs-Mii werden auch immer schlimmer. Oh, was ist das für ein Voice-Over? Oh, da sind wieder einige brutte Therion jetzt wirklich kaum ein Hits gelandet bis jetzt. Doch, mit Sinn ist einiges möglich. Oh, schöner Edge-Guard hier von Therion. Ganz sauber gespielt. Oh Gott, Duffung. Schön Down-Air in Top-Smash. Aber er trifft auch noch! Ahu! Therion hier komplett am aufdrehen. Und da ist der Kill. Ein wunderschöner Kill-Konfirm. Ich finde, es macht auch Spaß, diesen Pinkel-Firm zu machen mit mir. Oh! Oh, Duffung, Alter! Ein kompletter Ausgleich wieder. Wo war denn die von Duffung? Oh, von Therion, meine ich. Auch sei aber rausgefallen. Aber der betrifft und... Die killt! Die haben sich gegenseitig die Stocks weggechießt wie sonst was. Duffung, 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 Duffung. Duffung, 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 Duffung. Duffung, 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 D Das ist ein wenig zu sagen. Ftilt. Wer war immer noch sicher, fiel ich eigentlich ganz cool? Fyvri... äh fyvri sag ich schon, Therion. Nimm mal die wirklich besser aus wie Davon. Therien hat jetzt nicht den Edge Guard gefunden, wie im letzten Match. Wobei er jetzt einiges macht und die Becker trifft nicht mehr. Jetzt wird es interessant. Beide relativ eben hier würde ich mit den Charakteren. Oh, er hat fast gekillt. Ich finde es krass, wie bei Davon halt immer die Downbees funktionieren. Wenn ich das mache, dann schildern die Gegner. Ah, der Appi war da ein bisschen zu viel und der F-Smash von Therion hat da hier den Stock gesichert. Mit der Rage auf jeden Fall sehr gut. Oh, Therion kommt da gerade noch zurück. Ihr Menschenrechte hätte sowas. Nur gut Recovery. Down. Aktuell... Sieht es wirklich wieder relativ gut aus für Therion? Ah, der hat die Rolle gelesen, sogar richtig, aber leider falsch gespaced. 100... 100... 100... 100 Stock dafür verloren. Von den Hard Read. Schönes Hype. Abhi. Ach, komm. Ich habe die Abhi gesehen. Ich habe sie gefühlt. Die hätte auch getroffen. Prozente relativ even wieder. Oh, schön. Und da fangen wir mit einer etwas zu offensiven Option. Und wer der Ausgleich ist wirklich sehr knapp. 50% auf Dörfung. Aber die Side B macht noch immer safe 22%. Ey, das ist auch so ein krasses Tool. So ein guter Command Grab. Oh, guck mal den Jab Block hier nochmal. Und ich glaube ein Grab könnte fast schon hier den Kill bedeuten hier auf Therion. Da ist der Grab. Abhi. Ah. Ich will aber auch die Abhi haben. Gut, wir kommen von der Funken für den App Flash. Oh, die Abhi. Schön gemacht. Die Tapfung wieder eine absolute Maschine. Hol den Ausgleich. Oh, die Abhi. Oh, die Abhi. So. Ich hab noch eine Abhi. Auf, das war. Bitte. Ich hab noch das tueggeist. das ist halt so das andere pokémon stadium ich glaube das ist sogar besser für joker wobei hier die down front to up b glaube ich noch viel früher killt so 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 das ist wirklich sehr close mit dem weg dann hier super gemachte von the rion diese nun schule herz hat er nicht den kontaktiv oder dem richter noch gecancelt natürlich zu verlieren schöne kombo hiervon da von 60 prozent direkt wo ist die google geflogen nach dem counter krass schöne kommen wir hier von the rion hatte wieder kompletten ausgleich gefunden leider die becker gewollt gekillt hat sie natürlich auch noch nicht die rion versuchte sehr häufig irgendwie auch viel zu graben und wird auch gut gepanisht von da von gut gewartet von da von dass die rion dann nicht die kill findet slow mo danke für den raid irgendwie gibt es kein sound für den raid da sollte man hier einstellen oh schöne becker gander gun dank für den follow für dortmund krass krass so viele leute die es einfach nicht in die top 8 geschafft haben wenn ich gedacht hätte oh boah du hast gekillt da funks gerade wirklich mit dem 2 1 lead und wirst du gut aus auf die rion am empfang Was ist das? 3, 2, 1 Schöne leider kommen wir hier von davon Ah die API ist nicht mehr true Oh der war da bisschen sehr motiviert Und da ist der absmisch, schön gemacht hier Von davon Aktuell Doch es ist wieder relativ üben krass Dass der uns noch zurück geholt hat Auch dem riesen Lied den davon hatte Ja damit passt Mit Asen einfach nochmal Krank viele Prozent drauf gehauen Ah die Bäcker hätte echt viel machen können Schöne Nutschle Oh Therion Gerade mit leichten Problemen Aber hat er das denn Findet er jetzt den Kill Schön mit dem F-Smash hier Leider davon bleibt ein bisschen zugegeben Mit dem RapidJab gewesen Und da ist der B Und die reicht Davon hat hier äh das 3-1 geholt gegen Therion Ganz sauber gespielt Ganz sauber gespielt … … … …